Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Zomboid. Letzte Folge wollte ich Bücher für die Tischlerei finden. Oder Rezeptbücher für irgendwelche neuen Rezepte. Wären auch cool. Hier oben war ich glaube ich überall. Hier vielleicht noch nicht. Aber wir haben diesbezüglich nichts gefunden. Komm, meckerer. Was? Kommst du in dieses Haus nicht rein? Können wir auch schon mal überrochen. Essen wir doch einfach die Kirche. Wir haben nämlich Hunger. Noch eine Pistole. Raute. Bräter. Natürlich. Ist hier jemand? Irgendwo. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob er Leadschaden war. Oder sowas. Aber ich kenne mich da nicht so mit aus. Lass aber also. Ach komm, Vitamine nehmen wir auch mit. Was ist jetzt? Ah, jetzt geht die da. Was sollte das? Ich hab was gehakt gerade. Hier war ich schon. Ein Spielzeug-Auto. Da mit. Da mit. Da mit. Das Bleichmüll und Wattebällchen mit. Stimmt das jetzt? Haben sie jetzt geändert? Umland. Umland. Reforger. Reinigungsmittel, oder? Ja, Bleiche. Da mit. Aber hier war ich schon. Was war ich denn hier schon drin mit dem Vorgärten? Äh. Anbauflächen, so. Vorgärten hier. ein Seesack, cool, den nehme ich schon mal mit Dinger sequitieren, also Seekessel haben wir glaube ich schon Ich würde sagen am nächsten Tag gehen wir mal noch weiter nach Osten, da müssten ein paar größere Gebäude sein und auch die Tankstelle Ich habe mich an der letzten Staffel verreckt Ich wollte mal sehen ob ich das diesmal besser mache MacGalber Alter, MacGalber Jetzt müssen erstmal wieder ein paar Sachen loswerden Hier haben wir nichts drin Die Vitamine behalten hier Zwei Mal Tücher Zwei Mal Tücher Meine Herren, wir haben ganz schön viel Aber ich habe keine Ahnung wie lange sich sowas hält So, einiges hält sich da von ewig Ich meine jetzt Wie lange der Vorrat reicht Oh nein Brauchen wir die Pistole oder die andere nochmal gepackt Boah, ich schwitze wie Hulle hier, ne? Echt heiß die Tage Aber Wisst ihr ja wahrscheinlich So, die Sachen packe ich jetzt erstmal in diese Tasche hier Ausziehen Ausziehen Und Aufhörrücken So Da ist die Pistole Da kommt auch der Schuhwanzenende Offenes Visier Und was hat die? Rotpunkt Visier Kann man entfernen Vielleicht auch zwei auf eine machen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Eine Wasserflasche kann man noch weg tun Oder Beide Einmal die hier Und die voller Trinken Und Gucken ob wir da Irgendwas Was können wir denn hier So Auflaufform packen Da machen wir doch mal irgendwas Ne Gar nicht Bevor ich das mache Fange ich an zu lesen Lese Weil dauert wahrscheinlich ewig Sprint Sprint Jo Nehm ich Was ist das denn? Achso Ist das neu? Fitness Stärke Passiv Ne Komm Du Isst Jetzt Ehm Wassermelonen Ne Verrottet Verdammt Noch irgendwer Verrottet Ne Ich weiß es nicht Erstmal ne Erdmär Verrottet Was ist das Verrottet Ne Die Verrottet Der 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 ich flitze hier vor durch die gegend ein bisschen weh noch also schlafen wir noch mal vier stunden weg ist nicht mitnehmen tue ich den leeren benzinkanister leider die mühlerkehrein eine desinfektionsflasche auf zum benzinorten vielleicht filmen wir noch bücher das hat mir die müdigkeitssymbol schon wieder meine fresse sind wir warum sind wir so schnell ich habe doch nur ein level nach oben naja ich beschwere mich nicht so schneller da ne verdammt lasst mich durch warum gehen die da alle hin ich will da hin was soll das denn als wenn die jetzt alle gerochen erinnern sich zur tankstelle gehe die sind echt alle da hin was soll das denn ja die haben mich nicht gesehen verdammt die eine wohl die 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 den die 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 Das ist so schön. Verflucht noch eins. Hallo. Ziehen wir sie mal wieder aus der Gruppe raus. Oh, daneben. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt habe ich auch nichts zu essen mitgenommen. Ich renne da jetzt hin, lock alle weg. Hallo, meine Freunde. Hallo. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ach, dass da immer wieder welche hängen bleiben. Komm doch mal hier hin. Hier ist lebendes Fleisch. Der haut schon wieder ab. Was soll das? Der bleibt noch ein paar stehen hier. Nein, das ist... Das gefällt mir nicht. Die sollen alle folgen. Zombies sind zwar dumm, aber warum verlegen die so schnell die Aufmerksamkeit? So kommt, meine Freunde. Hier in diesem Wald. Jetzt werdet ihr mich das letzte Mal gesehen haben. Ah! Das ist es up. Ich bin anders. Oh, nein. actually, ich praktisch redet. Ich bin lieber auf seinem tesp wrapped. Ich Loudon habe Hitspitx. Untertitelung des ZDF, 2020 Da hängen sie da immer noch rum Na, das hab ich ja auch gesehen Muss ich den jetzt im Inventar haben, um ihn zu führen Ich will es danken Gefällt mir aber nicht, oder? Auftanken, bitte Muss doch gehen, oder? Ist der Strom schon weg? Und so ich den dann machen Ist der Lichtschalter? Ich scheine doch hier irgendwo Zombies zu sein Da ist der Lichtschalter Nein! Nein! So, gerade trat der Strom dann auf Ah, verdammte Hackelo Wo ist der Zombie? Ist natürlich bitter jetzt, ne? Oh, da haben sie mich glaub ich gehört Ich hau mal schneller Ich hau mal schneller Hü-ha-hü Hü-ha-hot Naja, immerhin bin ich nicht gestorben Strom ist weg Das Leben Hat jetzt keinen Zweck Mehr Ja-Hü-hü Ha-ha-ha-ha irgendwo durch. Gute Lücke. Hallo, kommt ihr denn alle her? Da sind wir wieder. Ja, jetzt ist es auch scheiße dunkel hier. Ich will nicht kochen für Anfänger, behalten wir, weil wir das ja lesen wollen. Viel haben wir jetzt nicht ergattern können. Schade, jetzt konnte ich wieder keinen Sprit tanken. Das hätte ich dann in einer der früheren Folgen schon machen müssen. Tja, so ist das Spiel hier. Küchenmesser brauche ich auch nicht unbedingt, weg damit. So, dann lassen wir mal eben, ich möchte etwas machen. Schüssel mit Bohnenmähe, keine Dose. Dann kommen die erstmal jetzt. Erstmal nicht, es ist verrottet. Kühlschrank ist jetzt hinüber. Werfen wir erstmal die scheiß Sachen weg hier. Dann war das Hammel Kotelett. Ich weiß immer noch nicht, wie viele das sind. Zwölf. Äh, essen. Mach mal Salat mit Gartenballat. Kuhlkopf. Paprikaschotel. Kuhlkopf. Paprikaschotel. Pfeffer. Und Salz. Und Senf. Und Tomate. So. Wir können noch mehr und auf den Hamburger konnten wir nicht mehr oder wie? Lauch. Es geht. Vielleicht haben sie es jetzt noch geändert. Ich hoffe es. Wäre jetzt auf jeden Fall sehr cool, wenn er die noch hier zurückpacken würde. Aber da hat man den echt ja auch nicht. Geht ja auch nicht. Aber der macht wenigstens noch Laune. Alles, ne, halb. Das packen wir mal hier drinnen. Pfeffer, Salz, kommt wieder hier rein. Hier, warte. Und dann wollen wir mal in der Haie gehen. Ah, nur Brennstoff, schade. Wäre auch dumm, wenn ich den hier drin anzünden würde. Dann würde ich ja alles voller Qualm und so sein. Und ich würde ersticken. Ja, das war es leider schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Ciao.